Guten Abend. In Mosambik sind tausende Menschen vor der Terrormiliz IS auf der Flucht. Unsere Themen. Im Visier der Dschihadisten. Islamisten erobern die Stadt Palma im Norden des Landes. Dutzende Menschen werden getötet. Von Hunderten fehlt jede Spur. BGH-Urteil zu illegalen Waffenexporten nach Mexiko. Die deutsche Rüstungsfirma Heckler & Koch muss Millionen zahlen. Und Tod durch Genickbruch. Ein neuer Fall von Polizeigewalt erschüttert Mexiko. Das Ausmaß der Angriffe ist noch nicht genau einzuschätzen. Seit mehreren Tagen wüten in Mosambik Extremisten. Hinter der groß angelegten Attacke auf den Küstenort Palma soll nach eigenen Angaben die Terrormiliz IS stecken. Dutzende Menschen starben, tausende Menschen starben. Deutschland hat ein relativ strenges Rüstungsexportkontrollsystem. Und dennoch ist es gleichzeitig Spitzenreiter bei Waffenlieferungen. Neben den USA, Russland, China und Frankreich. Grundsätzlich gilt, dass keine Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete exportiert werden dürfen. Und dennoch kommt das immer wieder vor. Der Bundesgerichtshof hat heute die Rüstungsfirma Heckler & Koch sowie zwei frühere Mitarbeiter wegen illegaler Waffenexporte nach Mexiko verurteilt. Konkret ging es um tausende Sturmgewehre samt Magazinen in den Jahren 2005 bis 2007. Mit der Genehmigung deutscher Behörden. Über das Urteil haben wir mit dem Mann gesprochen, der gegen die deutsche Waffenfirma Strafanzeige erstattet hat. Gestern haben wir über den Prozessauftakt im Hauptverfahren gegen den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin berichtet. Er ist angeklagt, George Floyd letztes Jahr bei einer Festnahme getötet zu haben. Minutenlang kniete der Polizist auf Floyds Nacken. Der Fall löste in den USA monatelang Proteste gegen Polizeigewalt aus. Unverhältnismäßig gewaltsam war auch ein Polizeieinsatz in Mexiko am Wochenende. Wie heute bekannt wurde, verstarb die festgenommene Frau an einem Genickbruch. Sarah Hofmeyer berichtet. Im Rahmen seiner Antiterror-Mission ist Frankreich mit mehr als 5000 Soldaten in Mali in der Sahelzone im Einsatz. Dabei bekämpft die französische Armee die Dschihadisten auch aus der Luft. Die heute bekannt wurde, starben Anfang Januar bei einem Luftangriff nicht nur Bewaffnete und Mitglieder einer Dschihadistengruppe. Über das Ergebnis des UN-Berichts berichtet Sophie Rosenzweig. Und von Mali nach Frankreich, genauer gesagt nach Calais im Norden des Landes. Mehrere NGOs und freiwilligen Organisationen dokumentieren seit Monaten vor Ort Polizeieinsätze gegen Geflüchtete. Nach der Räumung des großen Flüchtlingscamps vor fünf Jahren leben jetzt nur noch ein paar hunderte Menschen in der Nähe des Fährhafens. Sie harren in improvisierten Camps aus, in der Hoffnung, es irgendwann über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu schaffen. Der Polizei bleiben sie ein Dorn im Auge, wie Nicola Jocks in seiner Reportage zeigt. Morgen findet in London der größte Börsengang seit 2011 statt. Der britische Essenslieferant Deliveroo wagt den großen Schritt mit fast vier Pfund pro Aktie und damit weniger als erwartet. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und expandierte schnell in andere Länder. Vor allem in der Pandemie konnte der Essenslieferant gute Gewinne einfahren. Die Deliveranten haben ja davon jedoch nichts gemerkt. Ja, weltweit liefern rund 100.000 Fahrer die Bestellungen aus. Angestellt sind bei Deliveroo aber nur rund 2.000 Menschen. Das soll sich jetzt zumindest in Spanien ändern. Dank eines Gesetzes, dass Lieferanten mehr Rechte und mehr Sicherheiten gibt. Aus Madrid berichtet Marie Bolinches. Aller guten Dinge sind drei. Zehn Jahre nach ihrer Gründung könnte das dritte Album der französischen Band für Chaterton den großen internationalen Durchbruch bescheren. Es ist eine Art Hommage an das Leben. Beschreiben oder einordnen lassen sich die Musiker nur schwer. Sie sind irgendwie dandyhaft, progressiv, mit Pop, Soul und Elektro-Einflüssen. Bertrand Louth hat sie in Paris getroffen. Und das war's von uns für heute. Jetzt noch ein Programm-Tipp. Um 20.15 Uhr erwartet sie die dreiteilige Doku-Reihe Es war einmal im Irak. Sie zeigt, was vor, während und nach dem Irakkrieg wirklich abgelaufen ist. Ihnen noch einen erkenntnisreichen Abend. Bonsoir, Erdemar.